hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight daily shop news mit dem herrn sofort neben mir und mit mir dem herr gleich und hier kommt was sensationelles was sie geht wieder komplett ab so hier gleich rein geht er gleich rein geht er gleich rein anzu und ranzo man das ist der neue schiefer hat ja so das bei der naja geil holi sie auch ein bisschen so nach herr der ringe mega geil ja leute auf jeden fall wir werden uns das album jetzt kaufen der spider knight hier haben wir die leute let's go mega nice soja zeig mal zehn von zehn sehe ich genauso und da arachnie mega geil hammer auch zehn von zehn sensationell wir gehen mal beide zehn von zehn aufs gehen ja weil die geil sind juhu was ist denn das hatchling oh mein gott auch die picke sieht cool aus irgendwie sechs von zehn findest du nur ehrlich nur sechs von zehn waren sie nicht so auf diese picken nur sechs von zehn ja ich gebe ich gebe dir jetzt viel mehr sieben machen sie mal weiter herr sofort da oh mein gott alter mach das ding nochmal auf bitte mach den nochmal auf bitte und dreh den dann nochmal ja alter ist das crazy shit zehn von zehn zehn von zehn jahren oder sonst noch was ne eins von zwei da die tahmaine ja mal mehr bill was trauen sie denn da drauf wenn sie doch sich jetzt gerade nicht hören aber warum fahren sie hier so ab verglich waschi waschi wer ist das waschi 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 her sofort tic mister tic was ist denn leducz Was ist los mit ihm? Ich bin gerade nicht mehr drin. Weil sie sich die Haare an den Haaren getratzt haben, hat mich die Kamera nicht mehr eingeführt. Hehehe So, also. Ja, was gibst du denn dem Lamabel? 9 von 10. 9 von 10. Ich geb dem Lamabel auch mal. 2 von 10. Verdächtig, 2 von 10. 3 von 10. 0 von 10. Soul Trooper, ja, bin ich bei dir. Das ist komplette Nosekin, sorry. Ja, bin ich bei dir. Dann, Rekord Specialist, 1 von 10. Ja, komm. Wieso gibt's dem eigentlich 1 von 10? Ja, wieso gibt's dem 1 von 10 und dem anderen 0 von 10? Weil der wenigstens ein anderes Outfit hat. Oh. Okay. So, komm, wenn ich mit 2 von 10. 1 von 10. 1 von 10. So, also jetzt das Spiken. Dann haben wir hier, guck mal hier, Leute. Hier die normale Picke, die Liefer-Picke, die da. Mit der da vergleichen. Genau gleich. Nein, da oben sind die Picken. Ja, also ich würd sagen 0 von 10, weil es einfach eine komplette Standard-Picke ist. Immer wenn er sich an den Haaren kratzt, ja, dann kann man... Ach, Glück, dann bist du rausgeschnitten. Dann bin ich plötzlich, werde ich nicht mehr erkannt. So, okay. Ich gebe 0 von 10, weil ich schon mal anders auf 0 von 10 gegeben habe. Und du auch. Äh, ich glaub, ich hab dem 2 von 10 gegeben. Will du dem jetzt nochmal 2 von 10 geben? Ich geb dem jetzt nochmal 2 von 10. Und Dipp. Mega schlechter Emole. Äh, was war jetzt des? Gar nichts. Mach nochmal... Ich kann mal doch gar nicht... Macht der was natürlich mit dem Geräusch, weil ich es jetzt gar nicht höre? Ja, der macht gar kein Geräusch. Ich kenn das doch. Macht nur so. Was? Ja, das ist nicht mehr. Äh... Also so ein Emote hätte ich sogar damals schon locker hinbekommen. Äh, jetzt kratzt er sich wieder am... Hast du Läuse oder was? Bestimmt. Ich muss mal ein bisschen auf Distanz gehen hier von dem, weil hinterher kommen die Läuse noch zu mir. Ich bin jetzt so... Ach, Läuse? Ja, ich weiß nicht. Du kratzt dich ja ständig am Kopf. So! Rashi! Hahaha! Ja, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls es noch nicht getan haben soll. Dann schaltet es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder... Heiß! Ani-Mason-Throne-On! Was?! Vor... Nein! Fort-Night! Ne... Ne... Ich konnte immer nur... Mit mir nehmen wir gleich und nehmen wir sofort eventuell. Ne, morgen nicht. Tschüss! Ciao! Wasch die Bärchen!